Am Sonntag endet in Hamburg die Stahlpflicht. Grund sind die gesunkenen Zahlen von Geflügelpest. Nach Angaben der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz wurden in Hamburg in den vergangenen vier Wochen nur sieben Fälle festgestellt. Die Stahlpflicht war Anfang des Jahres für ganz Hamburg für gehaltenes Geflügel angeordnet worden, um ein Übergreifen der Vogelgrippe auf Tierbestände zu verhindern.